Zum Wochenstart gibt es ein Mütli mit Einkornflocken, mit Maka-Pulver, mit Mohn, mit Pfirschen und mit Bananen und noch ein Back-Kakao-Lips. Da wird jetzt mehr als drei Orangen und etwas Hanfsamen püriert und das ist dann sozusagen die Milch. Jetzt gibt es einen Teller mit Zucchini und kleinen Party-Tomaten. Und jetzt gibt es eine halbe Melone. Jetzt gibt es eine Smoothie-Bowl mit vor allem orange Petersilie und Fenchel. Und drauf sind noch Rosinen, Kakaobohnen, Hanfsamen, Paranüsse, Maka-Pulver, Vanillepulver. Jetzt gibt es eine Smoothie-Bowl mit viel, viel Fenchel, mit viel, viel Petersilie und da unten ist noch ein kleines Stück Vanillie drin. Ja und trinken wir jetzt immer noch dasselbe. Ich habe hier so eine Flasche, die ist richtig, richtig geil. Und da kommt im Endeffekt nur Wasser rein und Tee. Also das ist eigentlich das Wasser meistens. Aber es gibt ja den Tee von Roberts Teehaus, den ich auch schon einige Male erwähnt habe. Und ich verlinke euch den unten gerne nochmal. Ich glaube bis Ende August gibt es ein kostenloses Probe-Paket mit dem Code. Das habe ich auch bei Facebook mal gepostet und ja, also mehr trinke ich nicht in die Woche. Also wirklich nur Wasser und Tee. Es kommt auch mal vor, dass ich unterwegs eine Cola nehme, das dann wirklich so ein Affiler ausreiße. Aber ja, normalerweise Tee, Wasser aus dieser richtig geilen Flasche. Und jetzt gibt es eine Smoothie-Bowl mit viel Petersilie, Fenchel, Orange und ja, oben drauf ein bisschen Mohn und Paranüsse. Und Rosinen, beziehungsweise Sultaninen, die billige Tochter der Rosine. So habe ich zumindest den Eindruck. Jetzt gibt es eine halbe Melone. Und jetzt gibt es eine Green Smoothie-Bowl mit ganz viel oben Zeug drauf und noch Haferflocken drunter. Also das ist jetzt richtig, eigentlich wollte ich erst so Haferflocken machen. Die sind hier unten, sind die? Irgendwo unten, sind die? Keine Ahnung, aber theoretisch sind hier Haferflocken drunter. Ja, was sind denn die? Na ja, hier sind auf jeden Fall Haferflocken drunter. Und genau, und dann habe ich mir, dazu mache ich mir normalerweise ganz normal eine Soße mit Leinsamen und Wasser und kippt die dann drüber. Aber jetzt habe ich mir dann eine Green Smoothie-Bowl gemacht, weil ich mir normalerweise auch mal eine Green Smoothie-Bowl mache. Und das ist jetzt richtig mächtig. Das ist eine Green Smoothie-Bowl und Haferflocken und noch Zeug drauf. Das ist halt richtig fett. Das Ding hat locker, ne ja, ich würde sagen, wahrscheinlich eine 2000 Kalorien. Und jetzt gibt es Möhren-Salat-Wricks mit Ausblick auf den See. Und nun gibt es einen großen Salat mit Tomate, Paprika, Gurken und Petersilie. Und jetzt gibt es eine Melone. Mann, das Food Diaries ist so unspektakulär. Also schreibt mir ruhig rein, wenn es euch zu langweilig wird, dann mache ich keine Food Diaries mehr. So, jetzt gibt es hier wieder mal eine gekochte Mahlzeit. Ich habe so ein bisschen das Gemüse, was in meinem Kühlschrank war, so ein bisschen verwertet. Und ja, wenn das schon ein bisschen so angeranzt ist und man den Schimmel wegschneidet, dann berate ich das lieber alles nochmal durch. Dazu gibt es solche Chinanudeln. Da ist übrigens das Geheimnis, warum dem meisten das nicht gelingt, dass sie diese kochen. Diese Chinanudeln sind ich bereits vorgekocht. Einfach nur in Heizwasser einlegen für 10 Minuten und dann ganz kurz in die Pfanne mitgeben. Und dann schmecken die perfekt, haben eine richtig schöne Bissfeste und ja, und das gibt es jetzt. Und dann habe ich noch tiefgekühltes Chinagemüse dazu gemacht. Und jetzt alles mit Cashew-Mousse und Wasser als Soße, ja, dann ein bisschen Gewürze noch dran. Und schmeckt wie so ein Chinagericht, was man sich kauft, allerdings natürlich vegan. Und dazu gibt es noch, auch noch ein Fertiggericht. Bei Lidl gibt es jetzt solche Hähnchenstücke für 1,59 Euro, wie der Basis Soja-Eiweiß und Weizen-Eiweiß. Ja, das ist eigentlich eine richtig gekochte Mahlzeit, einen schönen Rest da verwertet und ja, ich genieße das jetzt einfach und freue mich da drauf. Und jetzt gibt es ein Müsli, ein Wuppsalat, wie auch immer. Das sind Kakaobohnen, Paranüsse, Datteln, viel Einkornflocken, die sind unten drunter und Bananen. Das sind wirklich richtig viel, das sind 6 Bananen und noch 3 Orangen und 2 Äpfel. Also, ja, eine ordentliche Mahlzeit. Und jetzt gibt es Bananen und Mandelkerne. Und jetzt gibt es eine Melone. Und jetzt gibt es ein M persuade. Untertitelung des ZDF für funk, 2017